Die landschaftlich perfekte Skidorm mit kurzer Kletterinlage auf die Frauenwand ist mit 1060 Höhenmeter in einer Gehzeit von 3 Stunden ein Traum im Zillertal. Beginn bei der Talstation der Gletscherbahn in Hinterdux führt der Weg ca. 45 Minuten auf der Piste, bis man beim Schleierfall ins Gelände abbiegt. Bei der kurzen Kletterstelle vorbei am Wasserfall sollte man je nach Schneeverhältnisse Steigeisen anziehen. Durch das breite, weite Tal hinauf zum Duxerjochhaus und Kruz auf der Piste führt der Weg zum Gipfel der Weißen Wand. Nach ca. 20 Minuten und der Gipfel der Frauenwand ist erreicht. Die Abfahrt wird über die Piste empfohlen direkt zurück zum Parkplatz. Das gesamte Video findest du auf meinem Kanal.